Die Freude am Zusammenleben mit Katzen liegt unter anderem in ihren einzigartigen Persönlichkeiten, die sich von Mensch zu Mensch stark unterscheiden können. Dies wird von vielen Faktoren beeinflusst, nicht nur von der Rasse. Einige Katzenrassen sind jedoch dafür bekannt, dass sie etwas ruhiger sind als andere. Deshalb zeigt ihr Tiereschlau heute die 10 ruhigsten Katzen. Diese Katze zeichnet sich durch ihren unabhängigen, geduldigen und ruhigen Charakter aus. Sie vertragen sich gut mit Kindern und scheinen keine Probleme zu haben, wenn sie mit anderen Tieren zusammenleben, solange sie richtig aneinander gewöhnt werden. Obwohl sich diese Katze normalerweise selbst unterhält und mit fast allem spielt, ist es ratsam, ihr eine gute Umgebung zu bieten, besonders wenn sie viel Zeit alleine verbringt. Nummer 2 – British Curza Die British Curza ist eine ruhige und sehr besonnene Katze, die den größten Teil des Tages in Ruhe verbringt und warme Plätze liebt. Sie ist eine stolze, anhängliche Katzenrasse, die aber auch unabhängig ist und sich leicht an verschiedene Haushalte und Familienformen anpassen kann. Sie ist ideal für diejenigen, die ihr Leben mit einem edlen und anhänglichen Tier teilen wollen, das aber nicht ständig Zuwendung fordert. Nummer 3 – Chantilly Tiffany Dies sind sehr intelligente Katzen. Außerdem sind sie sehr anhänglich und neigen dazu, die Zuwendung ihrer Bezugspersonen durch Miauen einzufordern. Da ihr Aktivitätsniveau nicht so hoch ist wie das der meisten anderen Katzen, schätzen sie eher ein ruhiges Zuhause ohne Stress. Sie lieben es zu spielen und brauchen daher genügend Anregung. Nummer 4 – Birma Die Birma ist eine gesellige und anhängliche Katze, die nicht gerne zu viel Zeit allein verbringt. Sie ist daher der ideale Begleiter für Familien, die den Großteil des Tages zu Hause verbringen oder andere Katzen haben. Die Birma verbringt viel Zeit, damit sich auszuruhen. Deshalb ist es wichtig, auf ihre Ernährung zu achten, damit sie nicht übergewichtig wird. Nummer 5 – Maine Coon Die Maine Coon ist eine extrem vielseitige Katze, die sich an fast jede Umgebung und jedem Lebensstil anpassen kann. Zu Hause ist sie eine freundliche, geduldige und ruhige Katze. Sie spielt und erkundet gerne, neigt aber nicht dazu, zerstörerisch oder übermäßig unruhig zu sein. Sie verträgt sich in der Regel gut mit anderen Tieren. Nummer 6 – Ragdoll Diese Katzenrasse ist bekannt für ihr mildes, gutmütiges und ruhiges Temperament. Sie ruhen sich gerne aus und spielen sowohl mit ihrer menschlichen Familie als auch mit anderen Tieren. Sie sind keine besonders energiegeladenen, abhängigen oder anspruchsvollen Katzen. Aber das bedeutet nicht, dass wir ihr Bedürfnis nach körperlicher und geistiger Stimulation vernachlässigen können. Nummer 7 – Perserkatze Diese Katze legt großen Wert auf Ruhe und fühlt sich an sehr lauten Orten unwohl. Sie sind süße und friedliche Gefährten, die viel Zeit mit Schlafen und Pflegen verbringen, weniger mit Erkunden oder Klettern. Sie sind sehr sensibel und sehnen sich nach Routine. Daher fällt es ihnen schwer sichern, plötzliche Veränderungen in ihrer Umgebung anzupassen. Idealerweise sollte ihre Familie stabil und ruhig sein. Nummer 8 – Russisch-Blau Sie sind Fremden gegenüber vorsichtig und sehr zurückhaltend. Aber wenn sie das Vertrauen zu einem Menschen gefasst haben, verwandeln sie sich in ein unglaublich anhängliches und loyales Tier. Sie sind in der Lage, eine sehr starke Bindung zu ihren Bezugspersonen aufzubauen, ohne jedoch übermäßig abhängig zu werden. Nummer 9 – Türkisch-Angora Sie ist eine besonders wendige und leichte Katze, die gerne springt und klettert. Und sie neigt dazu, alles zu jagen, was sich schnell bewegt. Obwohl sie verspielte Entdecker sind, passen sie sich gut an das Leben in der Wohnung an und verbringen viel Zeit damit, sich allein oder mit ihrer menschlichen Familie auszuruhen. Nummer 10 – Schottische Katze Diese aufgeschlossene, ruhige und freundliche Katze ist zu Hause sehr ruhig, obwohl Jungtiere oft verspielt sind. Die schottische Katze entwickelt eine sehr starke Bindung zu ihrer Familie, aber auch zu Kindern. Sie ist sowohl unabhängig und kann zeitweise allein sein, solange sie eine abwechslungsreiche Umgebung hat. Und erzähl mal, hast du eine chillige Katze? Lass es uns in den Kommentaren wissen und wir sehen uns beim nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Schottische Katze